ich verschwind wieder dass das portal da stehen nein wir kommen nicht mehr hoch ach du bist schon wieder hier buch cheater die gleiter sich da oben ist das portal da oben da oben schlaber hilfe da oben ist das der unten was ist das da unten ist das ein hohen ja es war ja es war ein guter hier und ich mach das wieder da vorne wollen wir das den markten gesetzt hier hier wo du stehst habe ich die marke gesetzt an der bohrm block wieder da oben da meister wie fast leer 20 prozent schön wo cpu auslastung immer wieder durchs portal durch springen oder so so lava haben wir eigentlich hier noch okay das war meine sehrruppe die ich zuhause hausen gemacht hh wie tur Steve ist falsch gelaufen doch nicht doch goes da 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 wird schon wieder dunkel ja frische luft Ich hab ja wieder verseucht So Knochenmehl, Beeren hab ich noch Was ist mit den Skybabys? Willst du die jetzt aufbauen oder wie? Ja, kann man machen oder? Ja, aber ich würde jetzt nicht so eine enorme Größe dafür machen oder? Nee, du suchst 50 oder so, kein Plan Ja, machen wir 3-3-3, ist auch okay, oder 5-5-5 Ja, aber wir müssen halt nicht automatisch abwenden lassen Ach, lass doch mit automatisch abwenden, mein Gott Gut Aber dann spüren die auch im System rum, ich glaub nicht, dass wir die saften können Ist egal Da machen wir so ein System, wenn das über 10.000 hat, soll das ja zerstören Hab ich gar nicht Schaufel mehr Das sind aber eh in Barrels, oder? Äh, weiß ich nicht Woher, wo wir eine Mee haben So Schon mal ein paar aufgestellt Wie viel Zeug haben wir jetzt mittlerweile hier drinnen? Ah, what the fuck Ähm, ich würd da nicht reingucken Nur in der kurzen Zeit, wo wir weg waren Und der, das Ding ist voller Strom Ernsthaft? Ja, guck dir, das Ding ist voller Strom Wir produzieren doch gar nichts Nein Wir müssen irgendwas, irgendwas strommäßig am Laufen kriegen Im E-System Könnten wir Ja, was für im E-System Keine Ahnung E-System Ja, wir könnten noch, wir könnten ein Ding mit Baum steuern, hier, für Bäume Dann lohnt sich das schon aufzubauen Boah, wieder, hast du noch einen Harvester? Ja, ne? Ja, einen hab ich noch Ja, brauch noch einen Planter Hier, geh mal auch hin Planter, Alter, Turtle Nein, ich bin nur ein Planter hier Okay, zweimal hast du Hast du einen Planter? Brauch ich jetzt gerade schnell Kannst dir eben einen Turtle machen Ach, mein Turtle ist einfach nur ein eh kurzer Wild Ja, aber dann Äh, wie willst du Der haut die doch ganz ab, oder nicht? Äh, ne, den Harvester kannst du ja arbeiten Also mal den Turtle als, den, als Planter benutzen Nee Mach mal so, dann, dann kann das automatisch laufen Wir haben zu viel, sowieso viel zu Strom, mittlerweile Ist auch ein bisschen komisch, ne? Ja, willst du den Planter, den Harvester nicht haben? Doch Ich wollte gerade hier nur, ähm, Lehm nehmen Ich brauch so einen komischen Lehmtopf Hast du, du hast das Goldzeug dabei, das produziert Ist in der Kiste? Elend, innen gibt's noch Äh, ich brauch jetzt acht davon nochmal Und einen davon Okay Acht davon Einen davon Drei Pötte Was brauch ich noch dafür Zwei Eisendinger, die packen glaube ich gerade oben, oder ich hab ja auch noch zwei Redstone Ein Zinn-Gear Ich glaub ich hab gleich alles Oh, wo ist denn das Gold? Ah, da hinten in der Kiste Da wo der Strom ist Wo momentan unser Strom zu voll ist Ah, hier, okay Glas, fuck Drei mal Glas Bitte haben wir noch irgendwo Glas Er läuft mir eigentlich überhaupt Strom Äh, der hat doch, der hat doch Strom, der ist voll Ja Juckt ihn aber einfach nicht Ja, seit wann steht hier oben so ein komischer blauer Baum Ach, da sind Alter Das sind Slimebäume Das sind die Slimebäume Das sind die Slimebäume Ich hab's natürlich wieder geschafft, meinen Hosen wegzubauen, den ich jetzt brauch So, was war das jetzt? Ja, es wird Es wird Ähm Flash Ja Ähm Version Hi Aua Warte 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 Der will mit mir, glaub ich Schlafen Der vergewalte ich mich Der hat mich vergewalte Alles gut Aua Du Aua Du hast auch so Wir sind zu behindert Hier kam grad ein Pädobäer Ich brauche mehr als ein Glas Ich brauche mehr als ein Glas Ich brauche mehr als ein Glas Hoffentlich wird jetzt irgendwie mal Strom verbraucht Am Arsch, ganz ehrlich Es wird kein Strom verbraucht Das ist voll scheiße Obwohl, doch, doch, doch Der Speicher hier, der Speicher geht leer Von dem Ding Oh, jetzt schon Mhm Er wird leer Nur noch 400.000 im Laufen Ist ja noch gut da Bist du da auch halt, bis es fertig ist Weil mit dem Planter können wir Holzkohle erstellen Die Holzkohle können wir in die Turtle einstellen Mit der Turtle können wir Excavate machen Und dann alles wieder zurückschicken Plan gesichert Äh Nein Du bist kein Fallen Knight Nein Nein Nein, mein Freund Dich boxe ich einfach Und du boxe mich nicht Geht doch Bauen wir mal wieder die Büsche ab Wieder zu viele Mhm Äh, das ist obendrauf wie so ne Mo Ops, ich hab einen unten abgebaut Das wollte ich nicht Ja Äh, ich brauch Wood Wood, Wood, Wood Wood und Stone Und Niesen Beherrschte ich nicht zu Niesen? Beherrschte ich nicht zu Niesen? Oh, oh Da, 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 da Oh Da kam's aus mir rausgeschossen Ja, der Harvester funktioniert gut Warum? Hm, was ist denn? Wie in der Kiste drin ist Achso, das meinst du? Ja Das ist so, ähm Ja, wie soll man das denn nennen? Lasten Irgendwie, keine Ahnung Was nicht zufangen Ich hab' die Ah, eineinhalb Stunden Und schon wieder Jawohl Ach so, das war nicht kurz Untertitelung des ZDF, 2020